So Leute, wir sind heute hier in der Universität Köln und ich sehe, die sind alle am Lernen, aber keiner trägt so eine Uhr. Oder Amar, zeig mal deine Uhr. Die sind ja alle am Lernen, aber wer die richtigen Uhren hat, wissen wir uns zum Beispiel auch zu diesen ganzen Strebern. Gehört natürlich auch unser Freund Hartmann, der Drecksstreber. Und dann gehen wir jetzt mal einen Besuch abstatten und dass er hier die Scheiße lassen soll. Wir wollen den Zeichen bringen, dass er hier auch mal richtig aus eine Uhr trägt. Was will der mit der Scheiße den ganzen Tag Bücher schreiben? Wie geht es denn? Wie geht es denn? Lehnen. 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 In Antijen Fidschan Einheiten. Dieses Konflikt ist ja. Ok komm. Jetzt sind wir noch mal mit Hafer, noch mal eine Gewerke um. Alles gut ist ja. Alles gut ist ja. so there is otman otman muslim kickboxing lass es hier sein mit schulder hat es hier schulder 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 Wir haben hier keine Kohle, Mann. Hallo. Hallo, Leute. Komm mal. Wir sind ruhig. Hallo. Hallo. Pass mal hin. Ey, pass mal hin. Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Tschuldigung! Ah, Mann! Ah, Mann! Bist du? Bist du? Bist du? Ach, die Frauen Leute! Das ist der Automat. Oder hinten? Hör mal! Du? Ja, ich bin hier, ich bin hier. Hallo. Also was ist das hier für die Scheiß, werden wir hier noch bedroht von den Studenten, ey. Ich hab mir was Schönes ausgedacht.